Und das hat er ihm nachgemacht. Was sagte Ibn Abbas? Ich sah den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, höre zu, auf keinen Tag so sorgfältig achten, auf keinen Tag so sorgfältig achten und ihm einen Vorzug gegenüber anderen Tagen geben, wie auf diesen Tag, den Tag von Ashura und diesen Monat, nämlich Monat Ramadan. Aber jetzt sollten wir wissen, spätestens jetzt, welchen Stellenwert dieser Tag hat, liebe Geschwister. Aber gibt es dazu eine Geschichte, warum ist dieser Tag so besonders? In der Tat wurde der Tag von Ashura schon zuvor von den Juden gefastet. Am Tage von Ashura haben sie gefastet. Und das ist in einer Überlieferung deutlich, liebe Geschwister, bei Imam Muslim, so sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem ihn berichtet wurde, wie Ibn Abbas, sallallahu alaihi wasallam, berichtete, er sagte, Kadiman Nabiyu, sallallahu alaihi wasallam, al-Madinata fara al-Yahuda tasumu yawma Ashura. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Stadt al-Madinat betrat, sah er, dass die Juden an diesem Tag, den Tag von Ashura, gefasst haben. Dann fragte er, was ist so besonders bedeutet an diesem Tag? Dann sagten sie, Das ist ein ganz besonderer, guter Tag. Das ist ein Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala das Volk von Bani Israel, von ihrem Feind, bedeutet Pharaon, und seine Soldaten, errettet hat. So hat Musa diesen Tag genommen und ihn gefastet, alaihi wasallahu alaihi wasallam, weil das ein ganz besonderer Tag war. Allah hat sie errettet, dieses Volk von Bani Israel, von Pharaon und seinen Soldaten. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er gehört hat, dass die Juden an diesem Tag fasten, er sagte, Er sagte, ich habe mehr an Recht auf Musa als ihr, als ihr Juden. So fastete er ihn, sallallahu alaihi wasallam, und befahl das Fasten an diesem Tag. Das ist die Geschichte dahinter. Das bedeutet, an diesem Tag hat Allah, azzawajal, uns eine großartige eine großartige Situation erboten, dass er das Volk von Bani Israel errettet hat. Warum brauchen wir dieses Hintergrundwissen? Damit wir hören, was die Schirer falsch machen an diesem Tag. Also nochmal, das ist ein Tag, an dem wir Muslime uns darüber freuen, dass Allah das Volk von Bani Israel errettet hat, mit ihrem Propheten Musa, alaihi wasallahu alaihi wasallam. Und Musa hat diesen Tag gefastet. Als Dankbarkeit gegenüber Allah, und so fasten wir ihn auch, auch aus Dankbarkeit. Nochmal, der eine Grund ist, Allah hat das Volk von Musa, Bani Israel errettet, und zweitens die Dankbarkeit. Darum geht es in dieser Überlieferung. Aha. Ist nur der zehnte Tag eine Sunna zu fasten? Nein, oh Diener Allah, wenn du möchtest, kannst du den neunten und den zehnten fasten. Warum? Weil der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn ich im nächsten Jahr, manchmal denke ich, ich lebe hier an einer Schnellstraße, aber ihr hört immer die Motorräder, fehlt nur noch, dass die Hubschrauber hier landen. Möge Allah das bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Musa zum Geschenk gemacht. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wenn ich im nächsten Jahr noch leben werde, so werde ich nicht nur den zehnten fasten, sondern den neunten und den zehnten. Ich frage dich, der du hinter deinem Bildschirm sitzt, und deine Chips isst und nicht gut aufpasst. Warum hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, ich werde den neunten und den zehnten fasten? Obwohl der zehnte hat einen historischen Ursprung. Richtig. Damit er sich von den anderen unterscheidet. Allahu akbar. Damit er sich, was? Von den anderen unterscheidet. Und die Yahud, die Juden, sagten, was will dieser Mann, dieser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass er versucht, sich in jeder Angelegenheit von uns zu unterscheiden. Richtig. Weil der Islam ist mit der Rechtsleitung gekommen. Und die Völker, die vor uns waren, haben ihr Irrgegen selber bewiesen. Indem sie Propheten getötet haben, indem sie ihre Bücher gefälscht haben, indem sie ihre Religion als Gelüst nehmen. Nicht wie die Muslime, dass sie richtig daran festhalten. Und so hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, beschlossen, am 9. und am 10. zu fasten. Aber Allah, subhanahu wa ta'ala, bevor er dieses machen konnte, hat ihn seine Seele genommen. Die reinste Seele von allen Geschöpfen. Rasulullah, sallallahu alaihi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Abul Barat, ich habe gehört, auch den Elften von Muharram mitzufasten, ist eine gute Tat. Tatsächlich gibt es Gelehrte, die gesagt haben, wenn man den 9., 10., 11. fastet, da hat man sozusagen das Beste erreicht, was man erreichen konnte. Jedoch die Überlieferung am 11. ist nicht authentisch. Die Überlieferung am 11. ist nicht authentisch. Daher, faste den 9. und den 10. bi'idnila es samiyal alim. Und nochmal, der Tag ist der Montag, an dem wir, bedeutet der kommende Montag, an dem wir den Tag von Aschura fasten, bi'idnila es samiyal alim. An diesem Tag zu fasten, löscht alle deine kleinen Sünden, die du im letzten Jahr gemacht hast.